Heute ist Vorsicht geboten, denn wir haben für euch 7 verrückte Drogentrends. Los geht's! Nummer 7. Das sogenannte Flash-Blooding ist ein neuer Drogentrend, der sich vor allem in den armen Fütten Afrikas immer mehr verbreitet. Beim Flash-Blooding spritzt man sich das Blut einer anderen Person, die sich kurz zuvor Heroin injiziert hat. Dadurch versuchen die Menschen mit dem wenigen Heroin, das sie sich leisten können, so viele Trips wie möglich zu erleben. Ärzte, die sich das Ganze einmal genauer angeschaut haben, gehen davon aus, dass die Menschen, die so etwas machen, lediglich einen Placebo-Effekt spüren. In Wahrheit bringt es also nichts, außer vielleicht eine hohe Chance, sich mit Krankheiten wie HIV oder Hepatitis zu infizieren. Nummer 6. Eine neue Droge namens Devil's Breath, also übersetzt der Atem des Teufels, hat ihren Weg aus Südamerika zu uns nach Europa gefunden. Die Droge bewirkt, dass man willenlos wird, die Kontrolle über seinen Körper verliert und sich anschließend an nichts mehr erinnert. Den Namen bekam diese Droge, weil man das Pulver einfach in das Gesicht seines Opfers pusten kann. Opfer sage ich deshalb, weil die Droge hauptsächlich von kriminellen Banden eingesetzt wird, um Menschen auszurauben. Nummer 5. Snapchat kann süchtig machen. Ich spreche aber nicht von der bekannten App, sondern von einer tatsächlichen Snapchat-Droge. Eigentlich sind diese Pillen aber nur ganz normale Ecstasy-Pillen, die es seit kurzem mit dem Snapchat-Logo vorne drauf gibt. Oh Mann. Nummer 4. Flacker. Flacker ist eine dieser neuen Designer-Drogen aus den USA. Sie kostet wenig Geld und führt dazu, dass man sich nahezu unbesiegbar fühlt und kann deswegen natürlich auch schnell abhängig machen. Aufgrund der kristallartigen Form wird die Droge in der Szene auch Kies genannt. Im Internet finden sich bereits einige verrückte Geschichten zu dieser Droge. So ist zum Beispiel ein Flacker-Konsument komplett nackt durch die Straßen von Florida gerannt. Und ein anderer hat versucht, in eine Polizeistation einzubrechen. Und auf Nummer 3. Muskat wird eigentlich in der Küche genutzt, um Gerichte zu verfeinern. Schon etwas länger wird das Gewürz aber auch als billiger Drogenersatz missbraucht. In der Nuss befindet sich nämlich der Wirkstoff Myristizin, welchen unser Körper in MMDA umwandeln kann. MMDA hat ähnliche Wirkungen wie MDMA, also Ecstasy. Möchte man die psychedelischen Wirkungen des Muskats spüren, so soll es reichen, eine halbe frisch geriebene Nuss mit Tabak zu mischen und zu rauchen. Dabei gibt es natürlich eine große Anzahl von Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit, Schwindelgefühl bis hin zu starken Leberschäden. Deshalb rate ich euch auf jeden Fall ab, Muskat in dieser Weise zu konsumieren. Muskatkonsum kann sogar tödlich enden. Nummer 2. Technologie als Droge Ein neuer Trend heißt Eyedosing und kommt, wie für unsere Generation geschaffen, direkt aus dem PC. Einige Webseiten bieten Audiodateien an, die einen in Trance-ähnliche Zustände versetzen sollen. Bis zu 200 Euro wollen die Erfinder für diese Songs haben, die meistens lediglich aus nervigen Klängen wie hohem Piepsen, lautem Dröhnen oder schrillem Zischen bestehen. Und auf Nummer 1. VHS-Kassetten wurden schon längst durch die DVD und Blu-rays ersetzt. Heutzutage haben sie eigentlich keinen Wert mehr. Doch durch diesen neuen Drogentrend könnte sich das jetzt ändern. Der sogenannte VHS-Tee ist eine Mixtur aus Guarana-Pulver, Alkohol, Wasser, Batterien und einer gekochten VHS-Kassette. Klingt auf jeden Fall nicht verlockend und ist sicherlich auch extrem schädlich für euch. Wenn ihr jetzt jemanden warnen wollt, dann könnt ihr das Video doch gerne mit dieser Person teilen. Es hört sich vielleicht abgedroschen an, aber keine Macht den Drogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.